Der griechische Philosoph Demokrit sagte, das Glück wohnt nicht im Besitze und nicht im Golde. Das Glücksgefühl ist in der Seele zu Hause. Wenn er nicht recht hätte, wären alle schönen, reichen und berühmten die glücklichsten Menschen der Welt. Doch auch sie werden von Depressionen, Suizidgedanken und Zweifeln geplagt, wie viele von uns auch. Weißt du, was deiner Seele wirklich gut tut? Kennst du deine wirklichen Bedürfnisse und Sehnsüchte? Um diese Frage zu beantworten, frage dich, ob deine Wünsche von Angst oder von Vergnügen beflügelt sind. Gehst du zum Sport in den Verein, weil es dir Spaß macht oder weil dich zum Beispiel die Eltern dazu zwingen? Machst du deinen Job, weil du Angst hast, sonst auf der Straße zu hocken oder weil du richtig viel Spaß dabei hast? Überprüfe, ob deine Ziele wirklich deinem innersten, ungeschönten Selbst entsprechen. Nicht daran denken, wie du sein willst, sondern lass zu, wie du wirklich bist. Wer bist du wirklich? Du bist du tatsächlich? Bis zum nächsten Mal.